Ich gehe an Steuer. Wir sind zurück. Es geht weiter in Sea of Thieves. North, Northwest. Das steht schon gut. Genau. Wir sind an Bord. Unser Käpt'n ist wieder da. Nachdem wir uns Ewigkeiten verlaufen haben. Der musste gerade alles selber einstellen. Das tut mir so leid. Ich komme nicht runter. Krieger kämpfen doch immer mit der Steuerung. Und da hinten ist das Geisterschiff. Nein. Ist aber weit weg. Kartenfrau? Ja, wir müssen nur ein bisschen nach Nordost. Wir standen eigentlich schon ganz gut. Schon eine richtige Richtung. Aber da ist eine Insel. Also noch fahren wir an der Insel vorbei. Ja, also jetzt weiter gerade aus Norden. Genau, da ist der Außenposten. Einfach Norden dran vorbei. Und hinter dem Außenposten nach Nordwesten. Abtreff geht. Mehr nach Norden. Mehr nach Norden. Ich sehe das hier und denke mir, ich fahre gleich auf eine Insel. Ja, wir fahren sehr knapp an der Insel vorbei. Nur mal so zur Info. Da ist so ein Felten. Ja, Norden, Norden, Norden. Du bist Profi. Geht klar, dann vertraue ich dir einfach. Und ich lese meinen Zettel, den ich hier gesammelt habe. Noch einen. Und was ist das? Auf Cannon Cove, welcher schöner Ort, versteckt sich einst meinen Hort. Finde den aufgespießten Abend. Oh, den habe ich sogar gefunden. Ach Gott. Na ja. Da hinten ist ein Schiff. Oh nein. Und zwar ein kleines. Achtung, Felsen. Habe ich gerade bei euch schon gesehen. Ja genau, da sind Felsen. Steuerbordfelsen. Das kann sein. Und da hinten. Ich sehe die Insel schon. Ja, aber da ist eine Insel. Das will ich nur sagen. Naja, wenn wir jetzt komplett gerade ausfahren, dann fahren wir auch schön dran vorbei. Wobei, da kommt dann der nächste Felsen vor Ort. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich mache mal kurz was. Ab jetzt sehen wir einfach mal die Kajüte. Nein, das wollt ihr doch nicht sehen. Doch, das will jeder sehen. Nein. Ich komme hier noch nicht mal in die Kajüte. Da wird einem schlecht, wenn man bei mir zuguckt. Was soll ich denn sagen? Ich bin mit dir verheiratet. Weißt du, manchmal diese ungefragten Kommentare. Ungefragt sind die nicht. Die sind gut. Käpt'n, stimmen Sie mir zu. Die Sprüche sind gut. Nein. Krika, zu mir, komm. Ja, sofort. Wir sind auch gleich da. Wo bist du denn? Da. Und jetzt? Ich bin da. Pass auf, die will dir ihre Katze zeigen. Nee, die hat einen Totenschädel. Sie geht jetzt mit dem Totenschädel. Ist ja witzig. Erzähl dir was. Erzähl dir was? Ich höre. Hast du den Kopfhörer nicht? Ja. Aber der hat mit drei. Ich habe trotzdem nicht gehört. Wir halten direkt auf eine kleine Insel zu. Ja, da müssen wir... Ja, da müssen wir... Ja, 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 das ist die. Wir müssten dann also gleich mal Säge beiholen. Segel hoch. Zum Befehl. Achso, jetzt machst du das schon. Schatz, machst du da hinten? Ich bin oben. Ich bin vorne. Achso, gut. Kein Anker. Nein, kein Anker. Ihr sagt mir, wann Anker. Ich stehe hier. Wir fahren direkt auf Land. Wir hören es gleich. Alle vom Wort. Ihr hört es. Kein Anker, alle vom Wort. Okay. Und jetzt? Wohin? Dahin. Harni! Ja, bin doch dabei. Tru entdeckt. Ah! Wieso klappt das nicht? Warte. Ich werde die Motivs aufnehmen. Ich habe den Totenschädel. Schatz, du könntest helfen. Ich komme gar nicht so schnell ins Menü, wie ihr hier die Kiste habt. Wo willst du denn hin? Also so schnell, wie ihr im Menü seid. Aber auch ich brauche Jahre, um eine Holzplanke zu suchen. Oder irgendwas in der Richtung. So, Totenschädel nach unten. Ich komme nicht mehr aufs Boot. Ernsthaft? Jetzt. Ist du jetzt drauf? Ja. Hika, mach die Truhe auf. Hika, mach die Truhe auf. Oh, und sie hat eine Knach in der Hand. Oh mein Gott, sie meint es ernst. Meint es ernst. Welche Truhe? Wo ist sie denn? Ja, vor dir. Wie vor mir. Vor uns. Ach da. Öffnen. Bitte schön. Notiz der Liebenden. Erinnerungsschatz. Die Musi so schön. Die Musi so schnell. Was willst du? Ich habe das mit dem Musi nicht verstanden. Unsere Erinnerungen. Wir sollten diesen Ort wieder aufsuchen und unsere Ankern an Denken verstecken. Wir haben unseren ersten Hinterhalt überlebt. Gerade so. Weiß jetzt einer, wohin? Unsere erste Beute. Ich schwirr, die Segel dann wieder. Die Segel fallen dann. Das mache ich. Ich bin hier hinten. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich gehe das Boot reparieren. Tu dies. Ach so, das hängt schon. Oder nicht? Doch. Aber das ist nicht richtig im Wind, oder? Probier mal was. Ja, das ist doch besser. Äh, wohin willst du denn jetzt eigentlich? Was habe ich denn im Buch jetzt so schnell nicht gesehen? Naja, war das jetzt dieses Island? Ja, ne? Hab ich schon markiert. Hab's schon markiert. Ja, dann guck ich mir mal an. Ja, dann guck ich mir mal an. Dann guck ich mir mal an. Ah, okay. Wir müssen nach Lone Cove. Noch ein bisschen mehr südlich. Aber wir sind schon mal ganz gut. Nur passt auf, dass ihr nicht auf Boulder Cay auffahrt. Perfekt, jetzt steuern wir genau drauf zu. Ist das direkt schon in der Nähe? Ja, es ist nicht weit weg. Es ist aber eine große Insel. Das guck ich noch mal hier rein. So, ähm, unser Beute. Ah, ne, wir haben... Ah, hier haben unser Ersten... Ach, so, was ist denn da? Ach, wir haben... Heute hatte ich beinahe wieder verbrochen. Ich bin in der Falle am Kauf. Äh, wir haben wieder... Ah, Siegelhäuser... Was kam mit einer? Heute haben wir Beute von Elis abgeholt. Weißt du, Schatz, sowas? Es gibt mehr Seiten. Ja, ich bin doch am Rumblättern. Ähm, ja, ne, ne, ne... Oh, ja, ne, 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 ne... Ich sehe schon die Insel. In Lone Cove, stimmt, da steht was. Er hat mich geküsst. Ihr sagt Bescheid, wenn ich die Segel einholen soll. Ich stehe hier parat. Ich stehe dann am Anker. Weil das ist nicht mehr so weit. Ne, wir steuern... Holt die Segel ein. Nein. Kein Anker. Ah, okay, dann bin ich... Anker hoch. Ja, ja, bin dabei. Das heißt, kein Grund hier rumzuschreien, Frau Käpt'n. Anker hoch. Ja, das haben wir ja. Folgt mir. Ist die runtergesprungen? Wo ist die denn? Ne, die will ins Wasser... Äh, will. Ach, die hat sich abgeschossen. Ja, ja. Ach, Gott. Wir kommen. Wo ist sie denn? Ja, hinter dem Felsen. Wer hätte sich auch abschießen können, das weißt du, ne? Das hätte jetzt... Bis ich das geschafft hätte, das hätte jetzt zu lang gedauert. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich seh sie nicht. Ah, süß. Was denn? Ist das Gebrumme hier normal? Ah, Schlange. Bleib auf dem Schiff. Toll, ist da ein Schiff zurück. Ich dachte, folg dir. Das stimmt. Du hast gesagt, folg mir. Wahrscheinlich, ich meinte sie dich. Wo ist das Schiff hier, Lötzin? Ich habe mich ver... Äh, da ist das Schiff. Ich komme. Wollen wir schon mal losfahren? Du redest... Ihr wisst, dass da jemand steht, ne? Ja, ja, das ist eine Quelle. Ach so. Ah! Äh, wir sind zu schnell. Sie kommt nicht hin. Ich schwimme vor allem gerade durch her. Ja, dann musst du den Meerjungmann nehmen. Tschüss. Guck mal, ich versuche, da hinterher zu paddeln. Ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Schatz, Schatz, sie hat das Boot entführt. Ich habe damit nichts zu tun. Jetzt fühlt sie schon ein bisschen unschöner. Wollte ich ehrlich sagen. Ich fühle mich gemobbt. Da ist er doch. Ich komme. Ja, du hast ihn auf ihn lieb. Ja, ja, ja. Ja, doch, doch. Immer bin ich es. Immer das Y-Chromosom. Natürlich. Wo willst du denn jetzt hin? Jetzt haben wir ja das mit dem. Ah, okay. Wir wollen jetzt nach Canon Co. Waren wir da nicht vorhin? Da habe ich uns doch hingelenkt. Das war doch richtig. Nee, du hättest ihn, musstest du ja früher alles andere machen. Ja, ist auch okay. Ma, ich habe dir das gesagt. Was, Schau? Rika, Schau. Ja, hier, da. Ich habe ja den Hai gesehen, der da ist. Hinter uns. Eine Spieluhr. Hör dir das an. Naja, ich höre jetzt ehrlich, ich sage nur gerade den Hai. War das ein Grund, warum du ihn attackierst? Weil sie es kann, vermutlich. Macht besessene Menschen. Quatsch. Er redet Unsinn. Ach, Quatsch, tue ich nicht. So, ist hier noch einer, ob ihr auf Kurs seid? Ich gehe mal gucken. Ich sehe uns gar nicht. Doch, wir steuern direkt drauf zu. Ja, das hat ein Stück auf. Die ist etwas zu bedeuten. Rika? Ja? Wir steuern direkt drauf zu. Hier, 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 hier. Da, da. Kann ich das nehmen? Komm zu mir. Hör dir die Spieldose an. Sehr ruhig, Schatz. Skelettschiff! Wo? An die Kanonen! Oh, fuck. Wurden die Kanonen überhaupt gestückt? Vermutlich nicht. So wie es gerade aussieht. Alter, jetzt... Ich kann hier keine Kanonen nehmen. Ich muss mir Kanonen holen. Ja, ich hab... In unserem Kanonenfass sind keine Kanonen. Ich sehe das Schiff gar nicht. Wo schleudert ihr denn hin? Das steht direkt neben uns. Andere Seite. Ach so, deswegen. Und wir sollten den Anker lichten. Lichte mal den Anker. Ich belade die Kanonenkugel. So, Kanonen sind wieder bestückt. Soll ich sie jetzt benutzen? Die sinken. Ja, wunderbar. Können wir da irgendwas erbeuten, was sinnvoll ist? Nein. Okay. Welche Seite brauchen wir? Naja, folg ihr am besten. Mach ich doch. Bleibst du jetzt am Boot? Ja, ich bin mir nicht sicher. Du weißt, dass die Leute deine Perspektive sehen. Ach so, nee, dann nicht. Das vergesse ich immer. Ich habe doch gesagt, das ist nicht gut. Gewundert. Du machst die Mission, glaube ich, nicht zum ersten Mal. Nein, macht sie nicht. Ich habe die Kiste mit Feinem gewürzt. Seid ihr überhaupt noch auf der Insel? Oder seid ihr schon wieder an Bord? Wir fahren wieder zurück. Unfassbar. Das gleiche Spätchen nochmal. Und wieder werde ich zurückgelassen. Das ist unfassbar. Ich brauche nur noch 10 Sekunden bis zur Leiter. Hol die Säge rein. Dann hole ich halt die Säge rein. Schatzi. Jetzt. Ich bin da. Ich habe es. Ankerlichten haben wir doch, oder? Nee. Warte. Das geht nur an der Position, wo nicht jemand ist. Hilfe. Warum ich immer so weggeschleudert werde? Ich gehe an die Segel. Ja, ich bin am vorderen. Ich bin am hinteren. Die Segel bist du auch am vorderen. Ja, dann gehen du zu dem Mann. Ich glaube, das steht hier so ganz gut. Ihr wisst, wo ihr hin müsst? Du weißt, wo wir hin wollen? Wahrscheinlich hat sie es markiert. Jetzt rascht sie aber ganz schön durch die Mission. Ihr habt doch gesagt, sie hat keine Zeit und sie will uns zu irgendeinem Punkt bringen. Ja, na klar. Sanctuary Außenposten. Oh Gott. Was ist denn der? Ja, ich suche ihn. Da. Ich habe ihn. Ja, jetzt ein Stück nach Westen, Westen, Westen. Ganz, ganz dolle Westen. Ganz dolle aber, ne? Da glänzt was. Sind wir wieder aufgrund gelaufen? Nein. Ich habe geschossen. Ach so. Na ja, bitte. Ja, und jetzt immer geradeaus und dann kommen wir direkt auf den Sanctuary Außenposten. Dann. Wer hört sich denn da Musik an? Ich bleibe hier hinten beim Segel. und kann es... Ja, hier, hier, hier! Unten. Komm runter. Oh Gott, zwei Frauen alleine unten unter Deck? Ach, halt die Klappe. Wo bist du? Ich sehe sie nicht mehr. Ada, ich komme. Ach ja, ich muss mir immer noch dieses Lied anhören. Schatz, mach jetzt mal keine Mucke ernsthaft. Wir versuchen das hier gerade seit 5000 Mal. Spieldose nehmen. Da. Dankeschön. Hast du uns irgendwie mal, äh... Tust du da oben was Produktives? Was soll das denn? Benutze sie. Aufnehmen Spieldose. Und jetzt? Ah. Naja, das Einparken ist aber eine Reihe von fünf, also wirklich gerade, würde ich anders behaupten. Wie oft muss ich die hier drehen, bis sich was geht? Darf ich haben? Achso, ja, bitte. Was hast du vor? Was? Wer denn? Herr Sing, Lucy. Achso. Wir können nun das hier. Wo, was, aufnehmen, Spieldose. Habe ich. Und dann das hier. Kann ich beides aufnehmen? Oder muss ich das einer jetzt ablegen? Weiß ich nicht. Ablegen. Ablegen. Aufnehmen. Habe ich. Komm mit. Hinterher? Ja, ja, klar. Du hast ja was, was wichtig ist. Ich sehe nichts im Dunkeln. Das ist ja furchtbar hier. Ja, unser Raum ist zu hell. Naja, du stehst direkt vorne. Nichts. Herr Gott, ich will da nur da hoch. Deswegen, let's lernen. So. Ich bin drehen. Ah! Nein! Ich bin runtergefallen. Ich komme. Dazu muss ich jetzt nichts sagen. Wo seid ihr? Hier. Na, komm. Komm, 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 komm. Abgeben. Gib ihr das. Kerstchen, gib. Dankeschön. Kannst du mal kurz aus dem Weg gehen? Hinsetzt. Du bist hier im Weg. Kannst du mal kurz... Achso, verzeihung. Danke. Wie hast du das gerade gemacht mit dem Hinsetzen? Zeig mal das später nochmal, wenn wir wieder... Ja. Spuren der Liebe. Haben wir die verzauberte Spieluhr. Wenn du dich bewegst, kannst du auch wieder aufstehen. Du hast den Kompass auch bei deiner Mission. Ah, da. Wo ist sie? Da. Warum habe ich eine Kanonenkugel? Weiß ich nicht. Und jetzt? Wir müssen dahin, BP, der hin zeigt. Danke. Komm, ins Wasser fallen. Das kannst du. Naja. Ja, auftauchen ist natürlich ein bisschen schwierig. Ernsthaft? Ich sehe nichts mehr. Wo ist denn jetzt dieser scheiß Leiter? Mentions. Ja, jetzt kannst du doch. Ja. Sag mal, sobald ich die Segel lassen soll. Segel fallen lassen. Ja. Was hier hinten auch schon? Nee, dann mache ich. Ich frage mich manchmal, wo bei dir hinten ist. Da, wo nicht das Steuer ist. Das merke ich. Das ist aber eigentlich vorne. Da hast du ein Schiff vorne, ne? Ach so, für mich ist das ja nicht. Du kannst auf den Kompass gucken, dann siehst du, ob wir richtig fahren. Warte. Das ist ein bisschen wie in One Piece, ne? Ja. Entladen. Nein, ich will sie ja beladen. Ja, dann ist schon was drin. Du musst aber die Kugel nehmen. Ich muss dann bald gehen. Alles klar. Dann versuchen wir den Rast allein zu machen. Ja, kein Problem. Danke dir aber für die viele Hilfe. Ja, das war total lieb. Da ist der Kompass. Irgendwann, wenn ich den kriege. Nach Norden. Also geradeaus für mich jetzt. Jo. Da geht es besser. Sweetcomma an Deck. Ja. Hier. Dann würde ich sagen, wir beenden die Folge für jetzt. Und dann geht es gleich weiter auf unserer Kaperfahrt nach der Liebe. Bis denn da. Bis denn da. Bis denn da. Bis zum nächsten Mal.